So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Ich bin gespannt. Neue Kopfhörer. Ich weiß noch nicht, wie die da so ankommen werden. Ich hab' leider nicht zu viel Geld ausgegeben. Das ist sowieso zu... Das ist immer klar, wenn man... Hätt' sie da gekauft, dann... Ja, ein Wahnsinn. Ich will mir's sagen. Ich stemme das ein bisschen... Ich weiß noch nicht, weil man hört's dann auch so ein bisschen, bis das sehen ist. Weil ich wüs' ja nicht, dass man dann durchs Mikrofon hört, etc. Was die? Dies, des und jenes. Ich würde mal sagen, es ist auch so quasi so eine halberte Testaufnahme. Was die? Dies, des, jenes. Und ich würde mal sagen, lights. Allein schon für das Geld. Hohoho, dieser Sound. Hohoho. Alter. Alter Verwaltung. Hätt' sich gleich alles viel besser. Hätt' sich gleich alles viel besser. Hm, sech' ich hab' aber auch. Ah, nein, schon noch... Step back. Alter, ich sag's euch, dieser Sound ist so, der... Du musst dir, du musst dir... Du musst dir vorstellen, dass ich die ganze Zeit so eine 30-Euro-Hetze da auf dem Kopf hab. Also, nein, kein Hetze. Aber nur 30-Euro-Sony-Kopfhörer die Roden. Wo ich immer sag, äh, das sind die Besten. Nur die Roten. Äh... Wenn, dann müssen's auch nur die Roten sein. Ah ja, es wird ja rot. Naja... Aber überhaupt jetzt nicht drauf kackelt. Und ich muss sagen... Es ist ja ein kleiner Welt-Unterschied hier. Ist die Import. Wie viel hab' ich ausgehend? Hä-hä-hä, das wisst gar nicht wissen. 200-Euro-Körer. Ja, da muss schon ein ordlicher Unterschied dabei sein. Ja? Pssst. Das erwarte ich wieder schon. Hohoho. Das erwarte ich wieder schon. Ich bin ja gar da vorne, ein bisschen da überfordert dann. Wollten wir sagen? Ei sammeln? Na komm Digi, na komm! Den machen wir mal! Das tut ein bisschen weh, wenn ich dann da herkomme. Das sollte ein bisschen mehr aufpassen, dass das nicht überhitzt. Ich achte da gerade überhaupt nicht drauf. Aber überhaupt nicht. Einmal. So, den kleinen Mix da auch noch. Ich hätte sowieso gesagt, dass wir den Wächterrang auch noch fertig machen und dann schauen wir sich das einmal an, dass wir da gekriegt haben. Was ist dies? Was ist das? Ah, da kommen doch immer mehr oder was? Ah ja. Oh, Gott. Nein, warte. Nee, nee, nee. Der machte Double Planetation bei mir. Ein Wahnsinn. Kleiner Pizzerratu, ich hab den gemerkt. No, der will schon vom Weiten. Der will schon vom Weiten. Der hat schon gewusst gehabt. Da war's wenigstens, wo sie will. Na, die nahe, nahe und tschüss. Hinslijk, ja dann gucken wir mal ich muss jetzt auch noch dazu kurz erwähnen bei den videos es gibt sonst kein anderes spiel es ist das einzige spiel wo ich am weitesten mit die video spiel es ist ein wahnsinn ein wahnsinn bin ich immer motiviert ein bissel borderline zu zocken aber hopps jetzt einmal naja zeitlang zeitlang hätte ich deppert auch aber würde mal sagen ich hab sie ein paar tage nicht angegriffen ja ja das klingt gut ein paar tage mal rein angegriffen mal für zwei wochen oder irgendwas aber trotzdem kein anderes spiel obwohl der video ist auch relativ weit ich bin ein bisschen suchtig geworden von der video ihr wisst ja gar nicht wie sehr wie sehr ich kopf mir jeden scheiß drin am liebsten jetzt will ich mir schon als nächstes die bücher auch noch kaufen die komiken die komiks habe ich zu meinem geburtstag gekriegt aber sind sie also die was gerade aktuell sind 1 bis 4 oder 1 bis 5 keine ahnung was da jetzt da noch so gibt weil ich habe jetzt einmal 1 bis 4 weiß nicht ob es schon am fünften teil auch schon gibt oder nein da war ich habe natürlich da mal gleich alle reingeschnarrt und dann sehe ich da noch von weinem oder gibt es dann noch die bücher auch noch oh mein Gott ich wollte schon wieder Geld ausgeben ich wollte schon wieder die bücher auch noch kaufen aber man hat auch gehabt ok wir brauchen das jetzt gar ein Headset also jetzt holte ich einmal wie ein bissel einreißen wieder aber nur ein bissel hoppala muss ein bissel noch üben damit mit dem Kopf weil jetzt haben wir jetzt wieder so eine Art Widerstand und früher habe ich das ja im Ohr drin gehabt und da habe ich auch wieder schreien gehen bis zum Geld ich meine da habe ich halt und da habe ich halt einfach nichts gehört jetzt sehe ich ein bissel mehr an meine Stimme und jetzt ist er wieder ein bissel gewöhnungsbedürftig ist wirklich gewöhnungsbedürftig ich finde es super also dass das wirklich so gut geklappt hat ich habe wirklich schon vorher noch Angst gehabt mit dem anstecken dies das jenes passt das mit der LK-Auto dies das jenes im Endeffekt habe ich es einfach nur auf dem PC ändern müssen Lautsprecher und ja das ist natürlich dass es vom Fernseher ausgeht und habe es einfach nur anders anstecken müssen das war eigentlich richtig nice das hat mir richtig gut gefallen also keine Kommunikationen nichts ich habe halt zwar eh schon irgendwie so einen kleinen halberten Test gemacht wenn es wenn es wenn es orsch ist ist es orsch das Video aber das glaube ich weniger weil ich habe extra drauf geachtet ich glaube es passt so ich glaube ich glaube es passt so ich weiß ich weiß nur dass ich vom Headset aus wenn ich daneben stehe und der andere als oben dann höre ich den Typen also höre ich die Musik und den Ton und alles und dann das will ich halt nicht im Mikro haben weißt das stört mich sehr Doppelgänger 21c identifiziert Hallo Hanson Glücksanzugang gewährt Alles Dank Genieß das Vergnügungsverteilung Ach und grüß einfach von mir Oh und lass dich nicht auf schreckliche Weise umbringen Ach natürlich nicht natürlich nicht Schauen wir uns nicht mal quittlich um hätte ich gesagt Du hast deinen Schulden an Kultus Mit jedem Loader den du schrottest wird es teurer für dich Das heißt meine Gangs werden versuchen ihre Schulden mit deinem Skalm zu begleiten Aber wir können immer noch einen Deal machen Handige mir Timothy aus und ich mache es dir richtig schön schuldenfrei an der Fallsteig das kommt jetzt für mich Wow Nice Oh Mit die Herzen Nice Also ich würde da gerne ein bissel selber herumfahren Also kann ich mir das Fahrzeug annehmen also mieten oder irgendwas in der Richtung also es wäre ja nicht schlecht Also kaufen würde ich es definitiv Alles klar, Verwärtslinge das ist eure Haltestelle Na Alter So geil Ich habe dich vermisst, kleiner Freund Ich habe dich vermisst, kleiner Freund was auch immer geht Tag, Tag Sie sind ja richtige Flatterhanden Sie müssen alles mitnehmen Alles müssen wir mitnehmen Oh, iss Was Sehen wir schon fast doch Gott, da ist was blaues Steigt in den verdammten Zug Ihr Schwachköpfe Ja What Ja Ist die Binde zu schnell oder? Der macht ja jetzt schon wieder ein Schwachköpfe Wahnsinn In Ordnung Wo Ember sich mittlerweile aufhält Du wirst rumfragen müssen Hhhhh Hhhhh Wie kommt die Kümmer nie aus Ja Sie ist sowas wie eine alte Flamme wenn du verstehst sie Hahahaha Ja Ich hatte mich eine Weile vor den Gangs versteckt aber ich musste weiter Ich wollte nicht dass sie den Preis zahlt der auf meinen Kopf ausgesetzt war Ich hab nur vergessen mich zu verabschieden Sag ihr, Timothy braucht einen Gefallen wenn du sie siehst und wenn sie versucht dich abzufackeln Tja, dann geht das wohl auf mich. Na, Wahnsinn! Da sind schon wieder gierig gewesen. Und haben wir da wieder was Gescheites? Hm, hm, hm. Schade. Schau, wir sind so rum. Vielleicht gibt es ja ein bisschen mehr. Warte, wie schaut denn der aus? Ah, ha, ha, mei! Ah, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, da ist ein... Oh, ey, wie schaut's denn da aus? Ja, schaut eigentlich auch gut aus. Was haben wir da? Haben wir da irgendein... Ah, da waren's wieder zu gierig. Ist eh klar, da waren's wieder zu gierig, wenn wir uns da nix vergönnen lassen. Pretty Boy führt leider die meisten Gangs in diesem Casino an. Das war aber nicht immer so. Nach der Abriegelung versuchten ein paar Leute, eine Gesellschaft zu bilden, in Harmonie zu leben und so. Ja, die sind jetzt alle tot. Pretty Boy hat sie alle umgebracht. Über den Turm hat Pretty Boy Zugriff auf fast die gesamte Security des Casinos. Aber er will meine Türkshand, um die volle Kontrolle zu haben. Lebensmittel, Sauerstoff, Antrieb... Ich meine, wenn er mich in die Finger kriegt... Ach, wird das übel. Das wird sich sowas von gekänt. Und ich hab mir schon gedacht, vielleicht doch das eine wieder zurückrufen. Soll ich schon nicht. Sicher nicht, Alter. 100% nicht. Oh, Alter. Bist du eben noch gestalten? Diese Leiste. Wie hoch. Alter. Ey, es gibt's ja nicht, Alter. Bist du Tepper. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Na sicher ist da was. Na sicher ist da was. Wir dürfen da kein Money reinlassen. Kein Money. Ah, da haben wir schon mal wieder ein paar normale. Also, normal in Anführungszeichen. Trotzdem wollen wir uns uns alle umbringen. Na moin. Oh, sei was. Na boom. Na boom. Ich glaub dir mein Ernst. Ich glaub ich baut da mal eine andere Sache. Ich glaub die ist definitiv besser. Definitiv. Fort, 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 fort. Das wird uns ein bisschen sehr gefährlich. Okay. Roter, roter Bereich. Roter Bereich. Achtung Digi. Achtung. Boom. Boom. Ja, jetzt, jetzt ist es. Jetzt ist es da. Oder auch nicht. Na ja, ausgehend wird sich's mir nicht. Aber ich mach mich einfach mal unsichtbar. Viel Spaß, gell? Hihihihi. Da komm ich her. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Nice. Oh ja, Alter. Ohhhh. Okay, 10 Schuss. Ich werd's nicht machen die ganze Zeit. Ich hab's noch mehr. Oh, what? Ich kann was. Alleinspriss mit der Feuerwehrarte ist ja schon was richtig geiles. Warte. Ich nehm einfach die schon mal. Ohhhh. 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 Ja ach. Das lohnt es sich dann schon irgendwie, wenn die dann alle ablautsen. Aber gerade bei so einem gegnern ist es dann halt auch ein Chancellor. Das sagt man dann wieder rein. Oiiiiiiiiiiiiiii Versteck mich da einmal, versteck mich da mal Ich mach' mal die Party später mit, gell? Mmm, fuck Ok, ok, dass bei dem Roten ist dann ganz roch Ich bin mal unsigbar, Danke schön OIDA 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 Es kann was werden Aber hey, mir wunderts eigentlich ganz ehrlich, dass der Kleine da immer lebt. Irgendlich schon ein bisschen. Ah, eh, weil einer natürlich wieder zu wenig ist. Und wieder Hitzung, Alter. Aber das kann was, das kann was, das kann was. Tschüss, Depp, halt, ich brauch dir eine Ewigkeit. Da, schau, wie schnell die da weggeht. Aber lecker mir, Alter, brauch die lang. Jetzt geht's in... Wo ist? Wo ist? Achso, der ist ja wieder ein Pain. Der ist ja wieder so halber, der Pain, der muss ja unbedingt wieder... ...stoffen. Der Hubsche. Der ist wieder voll auf Stoff. Er kriegt dann wieder, er kriegt dann wieder kein Hoch mehr. Er hat dann wieder kleine Eier. Na komm her, die. Na komm her, na komm her. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Ich find das so geil. Ah, wie war's? Nein, jetzt haben wir da wenigstens... Oh, Alter, der ist schon wieder zu gierig gewesen, der Wichser. Eh klar. Warte, machen wir den halt. Oh, da rennt eh schon der Sattler runter. Oh, na schau. Das geht ja, das ist ja nichts, Alter. Könnt ihr keinen einen schicken? Weil der so einfach war. Oh, was ist das, Alter? Ah, das kommt einfach zu viel wieder. Na, mal. Was haben wir denn das Schick ist? Dann haben wir ja hier da. Woaaaaaaaaat? Ja, aber die ziehen. Ja, wieso nicht? Probieren wir's doch einfach mal aus. Ah ja. Was war das jetzt, Alter? das ganze nachland darf man überhaupt in das ganze nachschießen mehr mehr das nachlandorten ich glaube ja nicht unbedingt dann ich bin ja sowieso nicht dieser typische kritische Hedgehogschaden mal aufbauen ich bin ja mal definitiv nicht aber das war doch wieder umtaschen die ist so stimmig was zufällig also die brudi oder sollte ein shake machen oder oder wir lassen wir einfach mal schlafen ich glaube wir sollten einfach schlafen lassen das ganz wichtigste vom wichtigsten schon bekannt wenn das regnet dankeschön ähm können wir dann über wir können das 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 ich che nehmen Und sonst... Ja, schauen wir sie so an, schauen wir sie so an. Was haben wir denn da schönes gekriegt? Schaufschützen... Ja, es war blau, ja, sorry. Hab ich nur noch Pistolen? Na, schauen wir mal, schauen wir mal, ob die Pistolen da noch... Ja, 14, lass ich mir einreden... Ja, ja, wieso nicht probieren muss? Ja, ja, ja... Ja, wieso nicht, wieso nicht? Schreiben wir laufen. Ist ja cool, Leute. No, 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 spät, der hat die, spät...